Herzlich Willkommen zum p2bgame.com Podcast. Im folgenden Beitrag vertone ich für dich meinen Blogartikel. Wenn du lieber selber lesen magst, findest du den Link dazu unter dem Player. Der Inhalt ist in beidem nahezu identisch. Viel Spass dabei. P2P Portfolio Report Februar 2019 Die Top 3 Investio, Mentos und Fastinvest Neuzugang Nummer 14 Neo Finance Die P2P XIA Sieger und meine Plattformerfahrungen Investio, die im Vormonat noch die Top 3 gestürmt haben, besetzen auch weiterhin sicher den ersten Platz. Mit einem Hammerxia von fast 18%. Es sieht nicht so aus, als ob Mentos mit schwachen 15% auf Platz 2 da jemals wieder hinkommt. Vor allem auch, weil Fastinvest von hinten nach oben drängt und mit starken 14% auch gute Karten dazu hat. Ein kurzes Vorwort. Es ist soweit. Ich bin bei der monatlichen Reporting-Geschichte nun angekommen. Mehr geht nicht mehr. Schon gar nicht mehr die ursprünglichen wöchentlichen Reports. Dafür habe ich euch heute einen Neuzugang mitgebracht. Viel Spass. Starten wir mit Mentos. Weiterhin tut sich bei Mentos viel. Die neuen Anbahner kompensieren locker die zwei, die Mentos verlassen haben. Dindi und BIC. So gibt es nun mit Cash on Go einen Anbieter aus England, PG, der mit Krediten mit Zinsen bis zu 12% bei einer Laufzeit von 12 Monaten lockt. Aus Polen kommt E-Faktor mit Rechnungsfinanzierung, um die 9% Zinsen sind hier zu bekommen. Aus dem Kosovo ist schliesslich noch Monego dazu gestossen, die immerhin 13% Zinsen zahlen. Sie bieten Kurzläufer als auch Ratenkredite mit längeren Laufzeiten an. Dazu kommen noch bestehende Anbahner, die ihren Wirkungsstätten ausgedehnt auf weitere Länder haben. Also genug Diversifikationsmöglichkeiten bei Mentos. Wie immer gilt es, den Auto-Invest entsprechend zu pflegen. Nicht vergessen, diesen auch ab und zu anzupassen, da die neuen Anbahner ansonsten bei euch außen vorbleiben. Leider kann sich mein Xeer nicht stabil auf über 15% halten. Was auch nachvollziehbar ist, der Zweitmarkthandel ist für mich faktisch eingeschlafen. An ein Zusatzgeschäft an dieser Stelle kaum zu denken. Das Zinsniveau hat sich zwar erholt, ist aber immer noch weit von alten Höchstständen entfernt. Mit Mühe bekomme ich noch 13%, die ich für interessant halte, ab. Und ich bin bei den eher langfristig orientierten Anteilen auch nun mit 12% zufrieden. Das macht sich natürlich alles bemerkbar. Mein Xeer beträgt nun nur noch knapp 15%. Das Zinsniveau hat sich so langsam wohl insgesamt wieder auf 12% eingependelt. Das ist für mich soweit noch akzeptabel. Mehr aber auch nicht. Selbstverständlich bleibe ich Mintos treu und habe auch nochmal ein wenig aufgestockt. Die Anzahl der Anbahner und die alleinige Größe der Plattform schafft hier genug Vertrauen. Somit ist Mintos meine Nummer 2, was das Anlagevolumen angeht. Trotz allem bleibt mein Portfolio weiterhin in Warteposition. Ich bin nun fast mit der Hälfte meines Kapitals auf Mintos in Kurzläufer investiert und versuche nach und nach in attraktive Langläufer wieder vermehrt zu investieren. Eigentlich hätte ich nämlich viel lieber ein Langläuferportfolio als eins mit so vielen Kurzläufern. Die von Mintos angegebene jährliche Nettorendite ist erneut leicht gesunken auf 13,4%. Mintos bleibt eine der Plattformen, in die ich einen deutlich vierstelligen Teil meines P2P-Invests angelegt habe. Das Vertrauen in Mintos ist bisher ungetrübt. Ich empfehle weiterhin Mintos als Einsteigerplattform. Wer sich über einen meiner Links anmeldet, bekommt 1% Cashback in den ersten 90 Tagen gutgeschrieben. Mit dem Hinweis, das Risiko eines Totalausfalls eines Anbahners natürlich nicht zu unterschätzen. Buyback ist hier ein negativer Hebel. Also nicht nur in Mintos mit möglichst vielen Anbahnern, sondern weitere Plattformen investieren und diese nach und nach dazunehmen. Mein interner Zinsfluss ist nun bei 14,94% und damit grellt sich Mintos auf Platz 2 fest. Kommen wir zum Platz 1, Investio. Es bleibt knapp an der Kreditecke bei Investio. Ein neues Projekt ist gerade aktiv und die immer wieder auftauchenden, nachgelegten Tears aus bereits laufenden Projekten sind in kurzer Zeit ausverkauft. Und das trotz fehlenden Auto-Invests. Kein Wunder, wo sonst bekommt man noch so viel Rendite geboten wie bei Investio. Ich habe sogar noch einen mit 23,5% Zinsen im Portfolio. Ich bin gespannt, ob sich die Projektlage noch massiv ändert und wohin sich Investio denn zukünftig entwickelt. Bisher läuft nämlich Investio tadellos und die Rendite ist einfach eine Ansage. Und es steht außer Frage, dass sie sich damit Platz 1 weiterhin locker halten werden. Allerdings werde ich wohl kaum weiter aufstocken. Ich muss die Rückflüsse erst einmal unterbekommen, was eigentlich schade ist. Die ersten Rückzahlungen wurden fällig und auch alle anscheinendlos bezahlt. Der irgendwann sicher kommende Ausfall lässt also weiterhin auf sich warten. Wer jetzt auch direkt gleich einsteigen möchte bei Investio, kann sich über einen Link anmelden und auch hier einen Bonus von 5 Euro und 0,5% auf die Einlagen der ersten 270 Tage kassieren. Mein interner Zinsfluss ist bei 17,86%. Damit weiterhin top und klar auf Platz 1. Fast Invest Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Das kann ich hier nur bestätigen. Die Kreditverfügbarkeit ist und bleibt bei Fast Invest hervorragend. Die Zinsen und die Tilgungen kommen regelmäßig zurück und ich investiere alles in die immer mal wieder vorhandenen 15% Kredite aus Spanien. Die anderen niedriger Verzinsen lasse ich raus. Frei nach dem Motto No Risk No Fun Mal ein aktueller Kontoauszug als Beweis angefügt. Hier sieht man klar Spanien und nichts als Spanien. Wer in Dänemark oder England investieren will, muss mit geringeren Zinsen leben. Somit bleibt Fast Invest aktuell die einzige mir bekannte Buyback-P2P-Plattform mit 15% Krediten in Europa, die auch regelmäßig verfügbar sind. Dass Groupier bald wieder nachzieht, sehe ich leider nicht mehr. Ich denke, dort wird es eher bei 14% und darunter bleiben. Ich war sogar so mutig, andere würden es gierig nennen, dass ich mit ein wenig mehr Geld aufgestockt habe und nun gut 500 Euro von mir dort liegen. Ich fühle mich damit ganz wohl und schaue, wie sich weiterhin Fast Invest entwickeln wird. Mein interner Zinsfluss liegt bei 14,3% und wieder ein saftiger Sprung zum Vormonat nach oben. Fast Invest sollte somit die Zielmarke erreicht haben und das Interessante ist, das reicht trotzdem nur für Platz Nummer 3. Schauen wir uns eine ganz andere Ecke an. Mein Bondora Classic Portfolio, das ich nun auslaufen lasse, um zu sehen, wie viel Zinsen und Rückflüsse es dann unterm Strich dann wirklich sind. Die Performance von Bondora flacht, wie erwartet, weiterhin ab und alle Rückflüsse laufen zum Parken in den Go & Grow Teil über. Ziehen wir Bilanz. Es kamen nun 9 neue Rote dazu, somit bin ich nun bei 133 Roten von nunmehr 492, das sind 8 Kredite weniger, im Portfolio. Die Spätzahler wurden natürlich auch wieder mehr. Die pünktlichen Zahler sind immerhin wie weiterhin in der Mehrheit mit ihren knapp zwei Dritteln 65,6%. Alle anderen sind in Verzug oder eben wie die Roten im Ausfall befindlich. Das von Bondora angegebene Xeer ist weiterhin gefallen auf 12,43%. Das ist wohl laut Bondora Platz Nr. 3986 im 12-Monats-Investoren-Ranking. Was ich nicht glauben kann, außer bei Bondora sind viele normale Investoren abgesprungen, da dies einige tausend Plätze Verbesserung bei mir wäre, trotz gleichbleibender bzw. leicht gesunkener Rendite. Ich habe noch eine neue Zahl für euch heute, die ich interessant finde. Mit 838 Euro bin ich bei Bondora investiert, gestartet im Juli 2017. Nach einem guten Jahr habe ich damit begonnen, das Konto aufzulösen und Stand heute sind ungefähr 57%, 476 Euro, davon in Go & Grow Liquide, nach 6 Monaten. Das heisst, nach einem halben Jahr ist auch etwas mehr als die Hälfte des Geldes wieder komplett verfügbar. Ich werde demnächst mal einen Teil des Geldes abheben, um meinen selbstberechnenden Xeer wieder dem eigentlichen Zweck anzugleichen, da ich euch ja aufzeigen möchte, wie sich ein Bondora-Konto entwickelt und es eben nicht mit dem Go & Grow-Anteil verwässern möchte. Eine Simulation habe ich schon einmal durchgeführt und gesehen, dass mein Xeer sich um ungefähr 1% verbessern sollte und sich damit dem Bondora angegebenen Xeer nähern wird. Mein berechneter Xeer liegt nämlich bei ziemlich genau 10%. Wer nun noch nicht bei Bondora dabei ist und mich im Ranking schlagen möchte, was sehr leicht sein wird und vor allem immer leichter wird, da ich nicht reinvestiere und auch seine eigenen Nerven testen will, weil es ja schließlich bei Bondora auch echte Ausfälle gibt, die nun mal dazugehören im P2P-Geschäft, der kann sich auch direkt über einen meiner Links anmelden und bekommt 5 Euro, die er dann verpulvern kann. Funktioniert natürlich auch für die Go & Grow-Variante. Dann kommen wir zu dem Zockerportfolio von Bondora, das ich noch pflege. Leider liegt das Zockerportfolio aktuell ziemlich die meiste Zeit überbrach. Es ist selten, dass sich was tut, sei es durch das Recovery, also durch zurückkommende Zahlungen, oder durch Zweitmarktverkäufe. Da gab es schon deutlich bessere Zeiten. Ich bleibe aber in der Top 10 beim Bondora-Ranking, je nach Einstellung, weiterhin auf Platz 3. Die Ausgangssituation war, 200 Euro Spielgeld, nur rote Kredite mit Abschlag auf dem Zweitmarkt manuell eingekauft. Das Ziel ist es natürlich mehr daraus, nach Hause zu gehen, als ich hineingesteckt habe. Ich möchte den aktiven Zweitmarkthandel forcieren und schauen, ob man damit Gewinn machen kann. Und dabei auch rausfinden, ob das Recovery von Bondora wirklich so gut ist, wie sie von sich selbst behaupten. Schauen wir uns die Änderungen zum letzten Report an. Der Bondora-Account-Wert liegt nun bei 1003 Euro. Das sind 68 Euro weniger als zuvor. Die von Bondora prognostizierte Rendite ist gefallen auf 45,9%. Ich habe 272 Euro, das sind 13 mehr rote Kredite eingesammelt. Von denen 1.834 Euro, knapp 200 Euro mehr, an Tilgung ausstehen. Und 3.292 Euro an Zinsen, was über 1.000 Euro mehr ist, ausstehen. 65 Euro vom ausstehenden Kapital kann ich schon jetzt komplett abschreiben. Aus dem Recovery kam bisher kumuliert, also über die gesamte Laufzeit, knapp 35 Euro zusammen. Der Wert des Portfolios und die daraus von mir erwartete Rendite. Ich habe mir jetzt eine Formel zurechtgelegt, mit der ich den Kondowert berechne. Kredite mit Abschreibung sind 0%, also wertlos. Essen in Abschreibung mit 86% Abschlag, also Restwert von 14%. Alle anderen Länder mit einem Abschlag von 90%, also einem Restwert von 10%. Damit komme ich auf einen Restwert von meinem Portfolio von 236,64 Euro. Die Rendite liegt nunmehr bei 18,2%. Das sah in den letzten Monaten deutlich besser aus. Vermutlich sind die gestiegenen Totalausfälle schuld. Der Schwerpunkt bei den Krediten bleibt weiterhin beim Estland, 85,5%. Wieder wurden meine Finnen und sogar Spanier fast komplett weggekauft. Kredite, bei denen es ein Recovery gab, wurden erneut auf dem Zweitmarkt verkauft, natürlich mit entsprechend angepasstem Abschlag und deutlichem Gewinn. Das habe ich nochmal angehoben, um zu sehen, wo hier die Schmerzgrenze liegt. Vermutlich im Moment bei minus 60%. Fazit, die Strategie funktioniert bisher für mich. Allerdings skaliert sie überhaupt nicht weiter. Man braucht oft viel Zeit, um wieder zu reinvestieren. So wie es scheint, sind auch gerade ein paar meiner roten Krediten komplett ausgefallen und haben mir meine Rendite ordentlich nach unten gezogen. Und auch so waren die letzten zwei Monate eher ruhig. Sprich kaum Bewegung, die in der Regel ja auch positiv ist im Depot. Keine Strategie für schwache Nerven und fürs grosse Geld. Wer jetzt Lust auch aufs Zocken bekommen hat, kann sich gleich mal anmelden. Wie auch sonst, bei Bondora gibt es die 5 Euro zum Verpulvern. Kommen wir zu Robocash. Mein Xeer bei Robocash bleibt stabil. Damit bildet er ziemlich genau die aktuelle Realität bei Robocash mit knapp 12% ab. Es bleibt für mich noch spannend, weil jetzt endlich die ersten Tax-Kredite fällig werden. Die haben immerhin mal 14,5% auf die Waage gebracht. Endfällig wohlgemerkt. Ein kleiner Xeer-Hüpfer ist dann hoffentlich nochmal drin. Erst einmal bin ich gespannt, ob alle in Verzug gehen. Wobei einige noch recht lange laufen und andere von Robocash wohl schon früher zurückgekauft wurden. Die Kreditverfügbarkeitsprobleme sind bei mir bei Robocash Geschichte. Weil es nur noch die 12% gibt, liegt kein Geld mehr uninvestiert rum. Und ich bin auch komplett investiert. Wenn ihr Probleme habt, schaut euch mal den Auto-Invest genauer an. Ob ihr alle Länder und Kreditgeber auch ausgewählt habt. Robocash bleibt bis auf weiteres ein On-Hold-Kandidat für mich. Natürlich ist er auch weiterhin grundsätzlich anfängerfreundlich. Auto-Invest ist sehr einfach gehalten. Eigentlich kann man da nichts falsch machen. Der Robo läuft wie ein Uhrwerk. Ein interner Zinsfluss oder Xeer ist 11,63%. Nicht eingerechnet die aufgelaufenen, aber noch nicht ausbezahlten Zinsen. Finbi. Kommen wir zur Biene. Unter den P2P-Plattformen. Ich habe bei Finbi weiter aufgestockt. Damit schaffe ich nun auch die 200 Wohlfühlkredite. Somit ist die Basis für eine vernünftige Diversifikation geschaffen und auch erst einmal Genüge getan. Also werde ich es jetzt wieder ruhiger angehen lassen. Auch wenn ich Finbi mag, zählen sie nun mal nicht zu den Top-Performern. Sie sind aber eine der wenigen echten P2P-Plattformen, die eine Rendite bei mir mit größer 10% schaffen. Und es bleibt dabei, in den ganzen eineinhalb Jahren bei Finbi sind mir bisher nur 4 Kredite ausgefallen. Daher darf ich weiter mit einer zweistelligen Rendite rechnen. Trotz der direkt abgeführten Steuer auf die Zinsen, das sind 15% an das Finanzamt in Litauen, die man sich dann zwar über die eigene Steuererklärung zurückholen kann, läuft die echte P2P-Plattform richtig ordentlich. Mein Finbi x hier liegt ziemlich konstant immer um die 11% und aktuell bei 11,4%. Ab und an werde ich sicherlich noch ein klein wenig auch bei Finbi aufstocken. EstateGuru Mein Portfolio bei der Immobilienkreditplattform EstateGuru hat sich stabilisiert. Keine weiteren Kredite sind in Verzug geraten, aber auch zu den zwei in Ausfall befindlichen gibt es keine weiteren Neuigkeiten. Ich halte an meinem Ziel fest, bis Ende des Jahres 50 Projekte erreicht zu haben, auch wenn ich nicht mit allem bei EstateGuru zufrieden bin. Glaube ich unterm Strich schon, dass sich EstateGuru tendenziell positiv weiterentwickeln wird, beziehungsweise sie müssen sich weiterentwickeln, um ja auch überleben zu können am Markt. Also habe ich erneut ein klein wenig bei EstateGuru nachgelegt, um die notwendigen Diversifikationsziele von mir auch erreichen zu können. Mal schauen, was die nächsten Tage so an Projekten angeboten werden. Das aktuelle Finanzierungsprojekt aus Finnland gefällt mir nicht. Wer bisher noch nicht dabei ist bei EstateGuru, sollte sich das im Februar überlegen. Aktuell bieten sie 1% Cashback für Einlagen an, die in den ersten drei Monaten bei Neukunden investiert werden. 1% Rendite Zusatz sind ja schon mal nicht schlecht. Mein EstateGuru, interner Zinsfluss oder XIA, liegt bei gerade mal 6,3%. Das liegt daran, dass viele Kredite bei EstateGuru entfällig sind und ein grosser Teil meines Portfolios noch nicht zurückgezahlt wurde. Kommen wir zu einer geruhsameren Plattform, Peerberry. Abgesehen davon, dass Sie ganz neu Autokredite auf Ihrer Plattform haben und auch ab und an ein Immobilienkredit auftaucht, ist nicht viel los auf der Plattform. Ab und an schaffe ich es, einen 12% Kredit abzubekommen. Meistens muss ich dann doch wieder in 11,5% investieren und wenn es ganz schlecht läuft, nehme ich auch mal in 11% damit. In die Immobilien- und Autokredite investiere ich nur sehr wenig. Ab und an ein kleines Häppchen ist mal ganz okay. Aber solange Peerberry auf diesem Niveau bleibt, ist das akzeptabel. Allein schon zum Diversifizieren. Mehr aber auch nicht. Kein Grund, weiteres Geld für mich nachzulegen, aber auch geschweige denn, ein Grund, um Geld gar abzuziehen. Dank dem guten Auto-Invest bleibt auch Peerberry pflegeleicht und Kreditengpässe, die einem nerven, existieren auch nicht, solange man allerdings mit den 11% dann auch zufrieden ist. Peerberry bleibt bis auf Weidas meine Empfehlung als Ergänzung oder auch als komplette Alternative zu Robocash, vor allem für die Kurzlaifer-Fans mit einem vollautomatisierten P2P-Portfolio. Mein interner Zinsfluss ist gegenüber dem Vormonat leicht gefallen auf 10,7%. Groupier Ist Groupier satt? Oder haben sie ihr ganzes Pulver verschossen? Ganz so schlimm ist das natürlich nicht. Aber man kann schon ein wenig diesen Eindruck bekommen. 15%-Kredite sind gerade gar keine mehr auf dem Markt und auch nur noch sehr wenige mit 14%. Danach geht es noch deutlich weiter runter. Sogar 11%-Kredite sind zu finden. Die liegen allerdings wie Blei im Regal, vermute ich mal. Wieso sonst gibt es gerade wohl gefühlt eine Cashback-Aktion mit einem Prozent nach der anderen? Genau für die kleinen 11- und 12%-Kredite. Auch doof finde ich es, dass viele der besseren Kredite vom gleichen Anbahner und auch noch vom gleichen Projekt sind. Und dass dies der Auto-Invest nicht unterscheidet und stumpf in jedes Schnipselchen dann investiert. Das hatte ich schon mal erwähnt. Deshalb steht der Auto-Invest bei mir auch still. Versteht mich nicht falsch. Groupier ist immer noch eine interessante Plattform und ich hoffe weiterhin auf gute Projekte. Auch 14% sind nicht von schlechten Eltern. Aber so die ganz großen Knaller fehlen und die Kleinigkeiten stören dann ab und an dann halt doch. Sie sind quasi ein Stück zurückgetreten. Das ist schade, auch weil Groupier kein Selbstläufer ist und ein wenig Arbeit macht. Die muss schließlich auch belohnt werden, finde ich. Ansonsten kommen die Rückzahlungen weiterhin nach und nach rein. Die Zinsen sowieso. Ich kann also in diesem Punkt immerhin nur noch Gutes über Groupier berichten. Grundsätzlich empfehle ich Groupier als Diversifikationsplattform weiter. Mein interner Zinsfluss ist noch mal deutlich gestiegen auf satte 14,03%. Das reicht dann nicht mehr ganz für Platz 3, muss sich von Fast-Invest haben verdrängen lassen. Landy Manchmal zahlt sich Geduld dann eben doch aus. Lange hat Landy gebraucht, um die magischen 10% Xeer zu schaffen und nun nähern wir uns rasant sogar den 12%. Wobei das auch das obere Ende sein wird, da es auch bei Landy nur sehr wenige 13%-Kredite als Buyback-Kredite gibt. Das 1%-Aufschlag für die Nicht-Buyback-Kredite ist mir einfach zu wenig. Und auch da, bei den Nicht-Buyback-Krediten, geht die Tendenz schon zu 12%-Krediten. Ausschlaggebend für den guten Xeer ist sicher auch, dass ich jetzt über 100 Kredite im Portfolio habe. Gut 80% davon mit Buyback-Versprechen. Somit machen sich auch längere Verzögerungen nicht mehr so massiv bemerkbar wie in meinen Anfangstagen bei Landy mit weniger Krediten und zum Teil massiv verzögerten Rückzahlungen. Die aber auch nach Monaten wieder kamen, wobei 3 immer noch ausstehen. Das Kreditangebot bleibt üppig, kaum ein Tag ohne neue Angebote, vor allem mit Buyback und seltener ohne. Letzteres blutet weiterhin bei mir auch aus. Und es ist noch ein kleines Wunder geschehen. Endlich gibt es bei Landy das lang angekündigte SEPA-Überweisungsfeature. Alle, die bisher keine Lust auf die unhandliche Paysera-Account-Thematik hatten, können nun, so einfach wie man das halt heutzutage auch erwartet, nun auch bei Landy investieren. Somit zählt Landy auch zu den anfängerfreundlichen Plattformen. Anmelden, Geld überweisen, Auto-Invest anlegen und investieren. Landy ist damit weiterhin empfehlenswert. Groß ausbauen werde ich wohl Landy erst Mitte des Jahres. In nächster Zeit steht bei mir genug Neues an, was mein für P2P zur Verfügung stehendes Kapital dann auch vollständig bindet. Aber mit den fast 12% fühle ich mich ziemlich wohl. Und allein um zu diversifizieren, ist Landy allemal eine gute Wahl. Mein Landy-interner Zinsschluss ist nochmal gut auf 11,93% gestiegen. Flender Tatsächlich, muss ich sagen, bemüht sich Flender aktuell mit Kräften, das verlorengegangene Vertrauen wieder neu aufzubauen. So sind sie nun deutlich transparenter in der Projektübersicht und man sieht, ob ein Kreditnehmer bezahlt hat oder aus dem Deposit das Geld geflossen ist. Auch die Kommunikation zu den Ausfällen ist besser geworden. Richtig glücklich bin ich trotzdem nicht, aber mein Auto-Invest lasse ich an und vielleicht lege ich doch noch ab und an ein paar Euros nach. Die Projektbeschreibungen bei Flender sind einfach nett und machen Lust auf mehr oder auch zum Beispiel Eis im Winter. In zwei Projekten bei Flender habe ich auch in den letzten Wochen investiert. Schauen wir mal, wie sich diese entwickeln werden. Zu den eigentlichen Sorgenkinder bei Flender gibt es nichts Neues. Geld werde ich in diesem Quartal also nicht nachlegen bei Flender. Der Auto-Invest bleibt an, allerdings auf 9% eingestellt, sodass auch die Rückflüsse investiert werden können. Mein interner Zinsfluss stagniert bei 8,7%. Den Wert finde ich auch akzeptabel. Schliesslich reden wir hier nicht über baltische Kredite, sondern über irische Geschäftskredite. Das passt soweit für mich. Bei einer Flender-Anmeldung gibt es nur noch 0,5% Cashback auf die Investitionen in den ersten vier Wochen. Das war schon mal deutlich besser, aber natürlich besser als gar nichts. Kommen wir zu LinkFinance, meiner irischen Plattform mit mehr als doppelt so vielen Krediten wie bei Flender. Mein Portfolio zählt nun 112 vergebene Kredite. Davon sind zwei verspätet. Auch die Schulkantine ist schon wieder dabei. Und einer komplett ausgefallen. Übrigens der gleiche wie auch bei Flender. Die einfache Faustformel, dass man für 100 Kredite einfach mal die Anzahl der Mindestanlage rechnen muss, kann ich nun hier präzisieren. Ich habe mir fast ein Jahr Zeit gelassen. Es wäre auch schneller mit mehr Einsatz gegangen. Bei LinkFinance sind sehr viele Kredite immer wieder mal im Angebot. und habe die 112 Kredite mit einer Einlage von insgesamt nun 4.000 Euro eingesammelt. Somit reicht es, mit 80% der Mindestanlage als Multiplikator zu rechnen und kann sich damit nun klar machen, welche Mindestanlage notwendig ist für ein gut diversifiziertes Portfolio von mindestens 100 Krediten. Damit bleibt LinkFinance mit Abstand die Plattform mit meiner höchsten Anlagesumme in P2P-Kredite. Zu besagtem Golftours-Ausfall keine wirklichen Neuigkeiten. Sobald die Polizei neue Informationen preisgibt, gibt es dazu wohl mehr. Ein zweiter Ausfallkandidat, der noch auf Late steht, festigt sich. So wie es aussieht, reichen schöne Bilder nicht aus, um nicht pleite zu gehen. Auch wenn ich mir aus so einem Fleischstück selbst nicht viel mache, sieht das auf dem Bild doch schon ziemlich cool aus. Wie immer ist die Informationspolitik von LinkFinance hervorragend. Man bleibt informiert und ist auf dem aktuellen Stand, soweit es das Rechtsverfahren dann hergibt. Mein LinkFinance-interner Zinsfluss ist weiter gestiegen auf 8,44%. Das dürfte jetzt so ziemlich das Maximum sein, das ich bei LinkFinance erwarten kann. Für mich aber auch völlig in Ordnung, da ich LinkFinance ebenso wie Flender zu den irischen Business-Kredit-Plattformen zähle. Kommen wir wieder zu einer Immobilien-Plattform, Bulg Estate. Mehr als ein, maximal zwei Projekte pro Monat ist wohl bei Bulg Estate nicht drin. So habe ich nur, oder sollte ich besser sagen, immerhin einen der beiden angebotenen Kredite in letzter Zeit auch abbekommen. Ich finde es weiterhin schade, dass hier so wenig geht bei Bulg Estate. Damit schaffen sie es nicht mal ansatzweise, Estate Guru gefährlich zu werden. Aber nun gut, eine, wenn auch kleine Ergänzung zu Estate Guru, bleiben sie da mit. Und ich nehme die neuen Kredite mit, sofern ich zum Zuge komme und auch welche da sind. Vielleicht muss ich mir doch noch Cloud Estate genauer anschauen. Auch bei den Immokrediten würde ich gerne über die Anbahner weiter diversifizieren. Es aber natürlich auch nicht übertreiben, mit zu vielen davon. Damit meine ich, dass ich es erstmal nicht mit den deutschen Plattformen wie Bergfürst, Xporo und Co. versuchen werde. Mein Autoinvest bleibt an und ich lege demnächst nochmal 50 Euro nach und warte auf das nächste, kommende Projekt. Mein interner Zinsfluss liegt bei erbärmlichen 1,55%. Was aber auch völlig klar ist, da Balk Estate zum einen immer noch in der Investitionsphase sich befindet und zum anderen frühestens Ende des Jahres so richtig ins Rollen kommt, wenn die entfälligen Darlehen inklusive Zinsen dann zurückgezahlt werden. Die 1,55% kommen zustande, da es schon tatsächlich die ersten Rückzahlungen eines Kredites gab. Auch dies schon mal ein positiver Punkt, den ich berichten kann zu Balk Estate. Kommen wir zur Nummer 14. Ganz neu, ganz frisch Neo Finance. Neo Finance ist meine neueste Plattform, die Nummer 14, in die ich investiere. Ich nehme sie jetzt schon mal in den Report mit auf, auch wenn der Bericht mit der Vorstellung und den ersten Erfahrungen noch aussteht, möchte ich die Grundlagen für das Reporting legen. Wie das immer so ist bei Neuem, finde ich Neo Finance super. Viel rumschauen und stöbern, lernen, wie alles funktioniert, sowas macht mir halt auch einfach Spaß. Von dem exorbitanten XIR dürft ihr euch nicht verrückt machen lassen. Der ist deshalb so hoch, weil ich sofort nach dem Geld da war, auf dem zweiten Markt einige Kredite mit Abschlag gekauft habe, quasi Instantangewinne gemacht habe. Die Zweitmarktgewinne wie auch Cashback verbuche ich der Einfachheit halber immer als Zinsen. Diese Rendite kann jeder Investor da draussen auch wirklich selbst realisieren. Was ich jedoch nicht verbuche, ist so etwas wie ein Eröffnungsbonus. So zahlt Neo Finance satte 25 Euro für eine Kontoeröffnung bei Ihnen, sobald man 100 Euro investiert hat. Diese nehme ich bei mir in meiner Auswertung als normale Einlage mit auf, damit sie eben nicht den Zinsfluss verfälscht. Und generell nehme ich Neo Finance frühestens in zwei Monaten in die eigentliche Ranking-Bewertung auf. Wenn ich euch jetzt schon auf Neo Finance neugierig gemacht habe, dann könnt ihr euch über meine Links anmelden und die besagten 25 Euro statt Bonus kassieren. Ich bleibe auf jeden Fall bei Neo Finance dran und werde auch weiterhin darüber berichten. Mein interner Zinsfluss liegt bei schlanken 48,55%. Da dürft ihr euch nicht wundern, betrachtet man den aufs Jahr, dann sind es nur 0,22%. Ich rechne oder beziehungsweise hoffe damit, dass ich unterm Strich bei mindestens 11 bis 12% rauskommen werde. Meine Hoffnung natürlich ist, dass es deutlich mehr sein wird, aber das muss die Zeit zeigen. Mein aufs Jahr bezogenen Renditechart veröffentliche ich auch gerne im Blog. Da könnt ihr ihn auch anschauen. Da erkläre ich euch auch nochmal, warum es am Anfang des Jahres eine Stelle gab. Die Kurzfassung ist Backup tut gut. Das allgemeine Spielregelwerk Alles hier verfasst ist ohne Gewehr und vieles, um nicht zu sagen fast alles, subjektiv. Und nein, niemand soll das als Anlageempfehlung verstehen, bitte. Meine Renditeerfassung dagegen ist objektiv. Mein P2P-Projekt läuft seit 2017. Seitdem erfasse ich alle Kontobewegungen der Plattformen in Portfolio Performance und verwende je nachdem den internen Zinsfluss oder die Zeitgewichte der Rendite, also die Jahreszinsrendite für meine Berichte oder Diagramme. Das Ranking erstelle ich jedoch immer mit dem internen Zinsfluss. Damit haben auch Neueinsteiger eine Möglichkeit sich besser zu präsentieren gegenüber Plattformen, die ich schon sehr lange in meinem Portfolio habe. Generell mache ich das Ganze sowieso nur aus reinem Spass an der Freude. Nichtsdestotrotz sind in vielen meiner Beiträge immer mal wieder Affiliate-Links zu finden. Durch einen Klick auf diesen Link entstehen dir keine zusätzlichen Kosten oder Nachteile. Allerdings unterstützt du mit einer Anmeldung nach einem Klick auf diesen Link mein Blog und ein klein wenig wird mein Spass-Projekt dadurch honoriert. Das war's mit dem Portfolio Review. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.